Gott, bin ich froh, dass wir schon mit acht Mitarbeitern angefangen haben, Cloud ERP zu nutzen. Warum? Eigentlich ein bisschen früh, oder? Naja, kommt darauf an, würde ich sagen. Das kommt darauf an, wo man hin will. Wenn man acht Mitarbeiter hat oder die Unternehmung besteht aus acht Mitarbeitern, möchte das morgen noch sein, vielleicht ein bisschen Oversized. Wenn man aber eine Wachstumsstory beschreiben will und möchte grundlegende Prozesse etablieren, um auf denen zu skalieren, gibt es eigentlich keine andere Entscheidung, wenn ich eh etwas machen muss. Das war unsere Entscheidung für die Nutzung von Cloud ERP sehr früh und eigentlich schon in den Gründungswochen unseres Unternehmens. Was sind die Effekte daraus? Ja, auch wir lernen, Prozesse nutzen und einhalten ist manchmal echt nervig. Aber der Nutzen stellt sich so schnell ein, dass die Diskussion darüber, ob oder ob man das nicht tut, eigentlich überhaupt nicht stellt. Wir sind heute über 80 Mitarbeiter, sind in zwei Ländern unterwegs und haben unsere Standardprozesse seit Anfang an ganz wenig nur angepasst. Natürlich hier und da mal hat sich das Geschäftsfeld erweitert. Es gibt andere Leistungen, die abzurechnen sind. Es gibt vielleicht andere Kunden, die anders abgerechnet werden wollen. Aber am Ende des Tages ist der Standard- Funktionsumfang des Cloud ERP genau das gewesen, was wir gebraucht haben. Hatten wir am Anfang Finanzbuchhaltungsnorme im Haus? Nein, überhaupt nicht. Wer hat es gemacht? Naja, ich halt. Mit einem Steuerberater zusammen. Weil alleine konnte ich es nicht. Ich bin kein Zahlenmensch. Aber ich habe extrem viel gelernt in der Zeit. Das hat auch am Ende dazu geführt, dass wir sehr schnell die Möglichkeit hatten, auch mit KPIs zu arbeiten im System. Heute haben wir ein Dashboard, auf das wir jeden Tag drauf schauen, wenn wir uns im System anmelden, was wir auch tun und sehen auch ganz genau, wo stehen wir gerade. Leistungserbringung, wie sind meine Forderungen, wie sind meine Verständlichkeiten, wie entwickelt sich mein Umsatz der letzten Perioden und 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 vieler. Ein absoluter Luxus und vor allen Dingen eine Gewohnheit, die wir uns erarbeitet haben. Wir wollten heute nicht mehr ohne und ganz viele unserer Kunden spiegeln uns das genauso, dass es nach dem schmerzhaften Prozess mit Auswahl, Einführung, Change-Prozesse und auch natürlich das ganze Thema Schulen auf neuen Prozessen einen riesen Benefit gegeben hat, durch den Einsatz des Systems.